Wusstet ihr, dass 95% des internationalen Datenverkehrs geht durch Datenleitungen, die im Meer verlegt sind und verlegt wurden? Also Unterseekabel sind mit das wichtigste Rückgrat, könnte man sagen, vom internationalen, vom globalen Internet, weil dadurch eben 95% des Datentraffic durchlaufen. Es gibt mittlerweile 500 von diesen Kabeln und einzelne sind bis zu 12.000 Kilometer lang. Das ist wirklich unglaublich. Aber wie verletzlich sind diese Kabel? Wie vulnerable, sagt man ja heutzutage, sind diese Kabel und wie sehr sind wir davon abhängig? Diese Frage muss man stellen angesichts der Attacken auf Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Und das bespreche ich mit einem echten Kenner hier in dieser aktuellen Ausgabe vom NetScanner. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom NetScanner. Freut mich, dass ihr wieder da seid. Hier heute eine wirklich wichtige und auch aktuelle Ausgabe, nämlich zum Thema Datenkabel im Meer oder durchs Meer, die jedenfalls am Meeresboden liegen. Und davon gibt es jede Menge von diesen Kabeln. Und ich habe heute einen interessanten und sehr kompetenten Gesprächspartner und Gesprächsgast von der AG Kritis. Das ist eine AG, eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Infrastruktur beschäftigt, die eben vulnerable ist, die gefährdet sein könnte. Und er berät unter anderem auch die Bundesregierung bei solchen Themen. Und da geht es auch um die Verletzlichkeit, Verletzbarkeit von Datenkabeln. Bevor wir aber jetzt mal in die Fragerunde und ins Gespräch gehen mit Manuel Atuk, erstmal einen kleinen Vorsetzer, damit ihr up to date seid und Bescheid wisst über das Thema. Das Internet ist ein weltumspannendes Netzwerk. Wortwörtlich, praktisch jeder Winkel der Erde ist heute mit Internet versorgt. Doch erstaunliche 95 Prozent des weltweiten Datenverkehrs verläuft durch die Weltmeere. Dort liegen Unterseekabel, die die Kontinente miteinander verbinden und unentwegt Daten transportieren. Dieser armdicken Unterseekabel, manche sind sogar so groß wie ein Oberschenkel, sind mehrere tausend Kilometer lang und werden von Spezialschiffen verlegt und im Meeresboden versenkt. Über 500 von solchen Kabeln gibt es mittlerweile. Und aneinandergereiht könnte man damit mühelos 30 Mal den Äquator umwickeln. Und es werden immer mehr. Auf einer interaktiven Karte, nämlich hier unter submarinecablemap.com, kann man sich den genauen Verlauf von solchen Kabeln anschauen. Vor allem amerikanische Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon, Microsoft und Co. verlegen mittlerweile solche Unterseekabel und chinesische Unternehmen wie Huawei. Das macht uns in Europa wirklich sehr abhängig, mal wieder, weil wir selbst besitzen kaum und viel zu wenig von solcher Infrastruktur. Eine Nachlässigkeit, die mittlerweile zumindest in Fachkreisen thematisiert wird. Die Chinesen bauen gerade eine Datentrasse namens Peace, Frieden, die China, Pakistan, Afrika und Europa miteinander verbindet. 12.000 Kilometer lang. Das Kabel kann 90.000 Stunden Netflix pro Sekunde übertragen. Eine unvorstellbare Kapazität. Wenn nur andere Staaten die so wichtigen Seekabel verlegen, haben wir ein Problem. Seit Edward Snowden wissen wir, US-Geheimdienste haben ungeniert den Datenverkehr durch die Überseekabel belauscht und ausgewertet. Ein völlig unterschätztes Risiko, sagt Manuel Attuk von der AG Kritis, der auch die Bundesregierung berät. Also Unterseekabel abhören ist schon ein jahrzehntealtes Thema in der Spionage und auch beim Militär. Es gibt ja spezielle Unterwasserdrohnen, Spionage-U-Boote, Tiefseeroboter und auch Schiffe, die darauf optimiert sind. Es gibt beispielsweise das russische Schiff Janta, was ein Spyship ist. Das ist kein Geheimnis. Und damit lassen sich unbemerkt Daten abhören, erklärt der Experte. Die verlegten Unterseekabel sind in der Regel gut geschützt vor normalen Umwelteinflüssen. Auch Algen, Fische und Steine können ihnen nichts anhaben. Selbst ein zufällig auf sie geworfener Schiffsanker nicht. Aber sind sie auch vor gezielter Sabotage geschützt? Eine Sabotage dürfte schwierig werden, weil es viele verschiedene Landezonen gibt für die Kabel. Da müsste man wirklich koordiniert agieren. Das ist sehr aufwendig und komplex und fehlanfällig. Aber wenn jetzt alle abgeklemmt werden würden, dann sind wir so ziemlich kommunikativ offline. Keine gute Bilanz. Die Europäer haben kaum Kontrolle über die verlegten Unterseekabel und die Kabel sind unzureichend gegen Sabotage geschützt. Das macht, glaube ich, deutlich, es muss dringend etwas passieren in Europa. Wir brauchen im Grunde eigene Datenleitungen, über die wir auch die Kontrolle haben und behalten. Eine andere Frage ist natürlich, was passiert eigentlich, wenn so ein Unterseekabel beschädigt ist oder beschädigt wird? Droht dann gleich ein Internetausfall? Die gute Antwort ist nein, nicht gleich, denn das Internet ist so ausgelegt, dass es Ausfälle mühelos ausgleichen kann, zumindest in Grenzen. Das ursprüngliche Internet wurde in Kriegszeiten entwickelt und so ausgelegt, dass es unzerstörbar ist. Fällt eine Leitung aus, suchen sich die Daten einen anderen Weg. Theoretisch. Irgendwann sind verbliebene Leitungen aber womöglich überlastet. Auch solche Szenarien müsste die Politik mitdenken und Sicherheitskonzepte entwickeln. So, jetzt seid ihr schon mal ein bisschen im Bilde und ihr habt ihn auch schon gesehen, Manuel, als Experte hier in diesem kurzen Einspielfilm. Es geht um die Frage, wie verletzbar sind wir eigentlich als Gesellschaft, weil unsere Datenkabel, also es sind gar nicht mal unsere, weil die Datenkabel, die uns mit Daten versorgen, zum einen nicht uns gehören und zum anderen abgehört oder auch Sabotage stattfinden könnte. Ja, darüber möchte ich sprechen mit Manuel Atuk von der AG Kritis und er ist ein Experte in Sachen kritischer Infrastruktur. Darum geht es bei AG Kritis nämlich. Bei Twitter findet ihr ihn unter Honkhase, aber er ist wirklich alles andere als ein Honk. Aber jetzt ist er auf jeden Fall hier, der Honkhase. Und ich möchte gleich mal einsteigen mit der ersten Frage. Also seit Edward Snowden spätestens wissen wir ja, dass Datenkabel abgehört werden können. Das hat der US-Geheimdienst in der Vergangenheit gemacht und man muss davon ausgehen, dass das immer noch der Fall ist. Aber wie genau funktioniert das und wird das eigentlich immer noch gemacht? Also Unterseekabel abhören ist schon ein jahrzehntealtes Thema in der Spionage und auch beim Militär. Das funktioniert so, dass beispielsweise in einer Operation, die die Amerikaner 1970 schon über zehn Jahre geführt hatten, Operation Ivy Bells, Atom-U-Boote eingesetzt haben, um sowjetische Unterseekabel anzuzapfen. Und das waren dann damals eben große, tonnenschwere Zylinder, die man an das Kabel drangelegt hat, um den Abhörmechanismus passiv einzusetzen, dass es nicht bemerkt wird. Heutzutage geht das mit Spiegelung. Es sind ja Glasfasern, die Lichtwellen sozusagen übermitteln. Und durch Spiegel kann man eben diese Datenströme umleiten und splitten sozusagen, dass der normale Kanal noch befüllt wird mit dem Licht, aber eben auch der Spiegel das umlenkt. Und die Dienste, wie beispielsweise auch der BND in Deutschland, filtern diese Daten, werten die aus und gehen da natürlich sehr massiv dran, weil die das, die Kerndaten aus dem Internet natürlich rausziehen in Massenverarbeitung. Also bei so einer Übergabestelle, wie du es ja gerade angedeutet hast, dass es da möglich ist, Daten abzugreifen, wenn sie nicht verschlüsselt sind, selbstverständlich. Das kann man ja noch nachvollziehen, keine Frage. Aber viel wichtiger ist ja die Frage, wie sieht das bei den Kabeln aus, wenn da jetzt wirklich zugegriffen werden soll. Du hast es ja auch angedeutet, dass das möglich ist, auf die Kabel und dann da Daten abgegriffen werden. Wie geht denn das? Wie funktioniert denn das? Das muss doch auffallen, wenn da irgendwie stundenlang, tagelang irgendwelche Leute rumfuhrwerken, um an das Kabel ranzukommen. Das kann ja nicht so Hoppy-Hoppy gehen. Kannst du das beantworten, wie das aussieht, wie das funktioniert? Tatsächlich muss man da nicht Tage einsetzen. Es gibt ja spezielle Unterwasserdrohnen, Spionage-U-Boote, Tiefseeroboter und auch Schiffe, die darauf optimiert sind. Es gibt beispielsweise das russische Schiff Janta, was ein Spyship ist. Das ist kein Geheimnis. Und da sind natürlich speziell geschulte Tiefseetaucher dabei, die haben diese, wie gesagt, Unterwasserdrohnen oder Unterwasserspezial-U-Boote und auch Spezial-Equipment, mit dem die eben so einen Glasfaser anzapfen und splicen können, nennt man das, sodass sie eben eine solche Spiegelung einbauen können. Und wenn das integriert ist und nur eine kurze Störung war, dann hat man eben einen passiven Abgriff. Das heißt, man kann aktiv gar nicht mehr merken, dass da eine Kopie entsteht. Man kann dagegen vorgehen, indem man eben bestimmte Sensoren und auch Satellitenüberwachung dieser Gegend sozusagen vornimmt, mit den Sensoren hört, ob Motoren in der Nähe ist und eben mit der Überwachung auf dem Wasser über die Satelliten sieht, welche Schiffsbewegungen wo sind. Und wenn das beispielsweise die Janta wäre, dann ist das ja schon ein Indikator, dass da die Russen aktiv sind. Und wenn man, keine Ahnung, damals die Atom-U-Boote der Amerikaner wie die USS Halibut oder die USS Parch gesehen hätte, dann wüsste man, okay, das sind die, die Unterseekabel anzapfen offensichtlich, dann hat das schon einen hohen Indikator. Oh, das klingt nicht gut, würde ich sagen. Kannst du einschätzen, wie hoch das Risiko ist, dass so etwas passiert oder passieren könnte? Weißt du da mehr? Das passiert seit Jahrzehnten und das wird auch weiterhin sehr exzessiv funktionieren und auch laufen, denn die Geheimdienste und die Militärs, also im Militär nennt man das auch Seabed Warfare, Schutz und Verteidigung kritischer Infrastrukturen in den Tiefen des Ozeans, sowas wie Kommunikationsnetze, Öl-Gas-Förderung, Transport, Energie und so, aber eben auch gegnerische Infrastruktur im Kriegsfall anzugreifen, also eben zu sagen, wir überwachen und können folgeschwere Sabotage ermöglichen und das ist ein Interesse der Geheimdienste und Militärs seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten für die Kabel. Das passiert tagtäglich, auch aktuell und wir müssen eben eigentlich wieder Einhalt gebieten, dass diese Spionage bei den Nachrichten und Geheimdiensten, die ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Also das müssen wir wieder einfangen. Wie geht das denn? Ja, wir können ja Gesetzgebung machen, wenn wir gute Gesetzgebung machen, dann funktioniert das sogar. Im letzten Update des Bundesnachrichtendienstgesetzes hat man ja, statt irgendwie dem Ganzen ein bisschen Einhalt zu geben, offiziell reingeschrieben, der Bundesnachrichtendienst darf ausländische Telekommunikationsunternehmen hacken. Damit setzt man ja kritische Infrastruktur aktiv dieser Bedrohung aus, packt das sogar in deutsche Gesetzgebung und sagt, wir wollen sozusagen aktiv spionieren und hacken. Wenn wir das als westliche Nation so machen, dann ist das, glaube ich, ein sehr deutliches Signal an die Diktatoren und Oligarchen und angriffskriegführenden Menschen. Wir sollten also als gutes Beispiel vorangehen und auch diplomatisch entsprechend agieren, dass wir sagen, wie kommen wir zu einem Frieden miteinander, und wie kommen wir dazu, dass wir die Spionage runter reduzieren und nicht überbordend ausarten lassen. Okay, aber ein Gesetz würde nicht verhindern, dass die Russen zugreifen, die Chinesen oder Amerikaner. Nein, das ist ja der diplomatische Teil. Also man wird das schon in einem Miteinander machen müssen. Und es ist natürlich auch so, dass das immer sehr schwer klingt. Aber wir haben ja auch bei Atomwaffen gesehen, das war ein gegenseitiges Wettrüsten. Irgendwann hat man diplomatisch sich besonnen und runtergerüstet auf ein, ich will nicht sagen erträgliches Maß jeder einzelnen Atombombe ist noch eine zu viel. Aber zumindest hat man gesehen, dass diese Spirale einfach nur eine Bedrohung hochzieht, die nicht mehr feierlich ist, dass man das eben runter reduzieren muss. Und das müssen wir bei der Spionage aktuell auch tun, weil das auf kritische Infrastrukturen extrem einwirkt in der Form, dass diese ganzen Methodiken und Erarbeitungen von wie kann man überwachen, wie kann man sabotieren, ja einfach nur in die Höhe treibt und noch schlimmer macht und damit kritische Infrastrukturen immer mehr akut gefährdet. Ja, und so sind wir doch manuell davon auch abhängig, oder? Dass diese Betreiber von den Seekabeln uns nicht einfach abklemmen, oder? Naja, wenn wir sichere Verschlüsselungen einsetzen, wenn wir sichere Systeme betreiben, wenn wir Security und Privacy by Design als Grundprinzip in unsere Gesetzgebung, in unsere Wirtschaft, in unsere kritischen Infrastrukturen und in den Staat und die Verwaltung integrieren, dann ist es egal, ob das Ausländische oder unsere eigenen Netzkomponenten sind. Aber wenn wir natürlich eigene Infrastruktur betreiben, haben wir auch keine Abhängigkeiten, so wie es jetzt bei der Pipeline beispielsweise ist. Wir sind voll abhängig von dieser Pipeline, weil wir versäumt haben, erneuerbare Energien als Alternative massiv aufzubauen und damit redundant und resilient, also widerstandsfähig zu werden gegen einen solchen Single Point of Failure. Was wird denn passieren, wenn uns ein einzelner Betreiber, ein chinesischer und amerikanischer Anbieter abklemmt oder wenn es Sabotage gibt bei einer solchen Datenleitung, wo die Daten zum Beispiel nach Europa fließen? Habt ihr das mal durchgespielt? Eine Sabotage dürfte schwierig werden, weil es viele verschiedene Landezonen gibt für die Kabel. Da müsste man wirklich koordiniert agieren. Das ist sehr aufwendig und komplex und fehlanfällig. Aber wenn jetzt alle abgeklemmt werden würden, dann wird es so ziemlich kommunikativ offline, denn nur wenige Prozent des gesamten Internet- und Telefontraffic läuft über Satelliten oder andere Alternativen. Das würde Europa tatsächlich offline setzen und mit Offline-Kommunikation kann man auch nur schwerlich beispielsweise Stromnetze aufrecht halten. Und das ist tatsächlich eine hohe Gefährdung, aber die Möglichkeit, das hinzubekommen, ist immer noch sehr, sehr kompliziert und schwer, weil es viele Redundanzen gibt, weil es auch mehrere hundert dieser Seekabel gibt. Das sind knapp 450, 500 Kabel um den Dreh. Also da gibt es schon sehr viel Redundanz und Resilienz und Ausfallsicherheit. Und da kann man natürlich gegenwirken, indem man noch mehr Kabel verlegen lässt und gegebenenfalls auch europäische oder deutsche mit dazu packt. Ja, aber kann man da wirklich von Redundanzen sprechen, wenn die Einzelnen, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht recherchiert im Vorfeld, aber wenn Einzelne von diesen Übersee-Unterseekabeln schon am Anschlag sind und sowieso schon nah an der Auslastungsgrenze, dann würde es ja schon bedeuten, wenn jetzt da mehr plötzlich Daten auf die Trasse kommen, dann würde es ja schon zu einer Überlastung kommen. Dann würden zumindestens die Daten nicht mehr so schnell transportiert und irgendwann könnte das auch kollabieren. Oder lege ich da falsch? Also es gibt ja Kabel in der Dicke von wenigen Zentimetern bis zu Oberschenkelgröße. Und die werden natürlich auch immer dicker und größer verlegt, weil der Datenbedarf immer höher wird und man so ein Kabel ja auch nicht in der Woche verlegt und einfach mal plant. Und die gehen Jahre im Voraus und versuchen natürlich möglichst viel Glasfaser inzwischen zu verlegen. Früher hatte man Kupfer, dann hat man versucht Glasfaser einzusetzen, die war teuer und kompliziert. Jetzt hat man große dicke Stränge und es sind ja auch immer weitere Stränge in Planung und werden ausgelegt, weil einfach dieser Datenhunger schon dazu sorgt, aber man eben auch diese Pufferzonen mit einplant, weil nichts ist schlechter als Leistung zu verkaufen und nicht zu erbringen. Dann wechselt man halt zum anderen Dienstleister und das können sich die Kabelbetreiber natürlich auch nicht wirklich erlauben. Ein anderer, finde ich, wichtiger Aspekt ist ja die Tatsache, früher haben sich die Unternehmen um so etwas gekümmert, von dem man das erwarten kann. Kommunikationsanbieter, die haben für die entsprechende Verkabelung gesorgt, um Kontinente und Länder miteinander zu verbinden. Aber in letzter Zeit sind es die großen Tech-Giganten der Branche, vor allem Microsoft, Google, Facebook verlegen solche Kabel, auch Amazon. Das ist ja auch nicht ganz unproblematisch, wenn die ohnehin schon großen Konzerne, die von allem profitieren, die Kontrolle über solche Datentrassen haben. Oder wie siehst du das? Ja, die haben natürlich ihre Geschäftsbereiche erweitert und gesehen, welche Supply Chain oder welche Abhängigkeit eigentlich relevant ist für eine langfristige Strategie. Und diese GAFAMI, Google, Apple, Facebook, Amazon und IBM, diese GAFAMI-Connection ist natürlich ein großes Risiko, weil diese Tech-Konzerne oder Werbeindustrie, die sich als Tech verpuppt, eigentlich sagt, wir wollen die Psychologie der Menschen manipulieren, mehr Werbung verkaufen, mehr Abhängigkeit schaffen. Was brauchen wir dafür? Und die sind inzwischen so weit, dass sie hingehen und sagen, wir brauchen die Infrastruktur und die Datenleitungen dafür. Und wenn wir die Hoheit darüber haben, dann können wir denen eben noch mehr verkaufen und noch mehr Daten von denen abgreifen. Das ist nicht für das Wohl der Menschheit und das soziale Miteinander, sondern es ist einzig und allein für noch mehr Profit. Und das ist eine schlechte Entwicklung. Ja, definitiv. Manuel, du steckst ja wirklich drin. Wenn du dir wünschen könntest, etwas wünschen könntest, was wäre das, damit wir besser dastehen in Europa, was das anbelangt, und was die Versorgung mit Daten aus aller Welt anbelangt. Kannst du das formulieren? Ich würde mir wünschen, dass die Regierung in Deutschland mehr auf die Zivilgesellschaft und auf die Expertinnen hört und nicht nur auf die Wirtschaft oder auf die vermeintlichen Hype-Faktoren wie Blockchain, KI oder was auch immer. Und eben auch nochmal sich besinnt, was ist denn die Kernfrage der Bevölkerung? Die Kernfrage der Bevölkerung ist, kommt morgen noch Strom und Wasser aus der Leitung, ja oder nein? Und die sollte man mit ja beantworten können, egal welche Gefahr droht. Und das würde aber bedeuten, dass man nicht nur auf die Wirtschaft hört und die Wirtschaftsinteressen fördert, sondern wirklich auf die Zivilgesellschaft hört und sich darauf besinnt und versucht, sichere, resiliente Systeme zu schaffen, um einen Menschenschutz zu gewährleisten. Das wäre mein Wunsch. Ich habe so den Eindruck, die Amerikaner und jetzt auch die Chinesen haben das schon besser verstanden. Also die Amerikaner haben natürlich schon länger die Welt zu überziehen mit solchen Datenkabeln und vor allem natürlich auch auf die Art und Weise, darüber die Kontrolle zu behalten. Naja, also die Amerikaner schnorcheln alles und jeden ab. Das ist nicht als Menschenschutz, sondern ein überbordender Überwachungsstaat. Und die Chinesen haben ja mit ihren Gulags und anderen Dingen auch nicht den Menschenschutz an vorderster Front, sondern wollen eben auch ihre Macht und ihre Besitzansprüche festigen. Also da tun sich beide Seiten nicht sehr gut mit und gehen sehr radikal vor. Und das ist nicht im Sinne des Menschenschutzes. Also so habe ich es auch nicht gemeint. Ich meinte das eher so, dass es ein gutes Argument wäre und auch ist, für Europa selbst aktiver zu werden und mehr Kontrolle über eigene Datenverkabelung zu haben, um unabhängig zu sein und eben nicht am Tropf zu hängen bei Amerikanern und Chinesen, oder? Wir müssten nicht nur aktiv werden, sondern wir müssten es auch im Sinne des Menschenschutzes tun und nicht im Sinne von Stärkung, von Militärstärkung, von Geheimdiensten oder der Wirtschaft. Natürlich muss die Wirtschaft auch gestärkt werden, aber es muss am Ende in einem sinnvollen Miteinander für die demokratische Gesellschaft sein. Und das sehe ich an vielen Stellen einfach nicht mehr. Vielen Dank, Manuel. Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir darüber zu sprechen und meine Fragen zu beantworten. Und bleib bitte weiter aktiv bei der AG Kritis. Ich habe den Eindruck, das ist wichtiger denn je. So, liebe Leute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es wieder für diese Ausgabe. Ich hoffe und denke, ihr habt eine ganze Menge mitnehmen können. Denn ich muss ehrlich sagen, ich wusste vieles vorher nicht, bevor ich mit der Recherche angefangen habe. Ich wusste nicht, dass 95 Prozent des Datenverkehrs durch Datenleitungen gehen und dass die in der Regel Amerikanern und Chinesen gehören. Und wow, ich würde sagen, das ist schon eine ganz schöne Abhängigkeit. Das will ich mal so zusammenfassen. Abhängig sind wir davon, dass die Leitungen auch weiter uns zur Verfügung gestellt werden. Und es ist auch sehr riskant, weil wir überhaupt nicht wissen, was mit den Daten passiert und wer sie möglicherweise abschnorchelt, abhört. Keine schöne Situation. Also das ist so, als wäre man irgendwo in einem Haus. Das gehört mir nicht. Ich könnte jederzeit rausfliegen und ich weiß auch nicht, wem es gehört. Also wirklich keine schöne Situation. Ich würde schon sagen, da müsste in Europa unbedingt etwas passieren. Und die Tatsache, dass so leicht abgehört und spioniert werden kann, ist ein ganz, ganz starkes Argument dafür, wirklich alles, was man wirklich verschlüsseln kann, auch zu verschlüsseln, um es dann möglichen Spionen, Abhörenden und so weiter nicht leichter zu machen als unbedingt nötig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst mir gerne, wie gesagt und wie erwähnt am Anfang, ein Abo oder eine Bemerkung oder auch ein Like da. Ich glaube, hierzu kann man eine Menge kommentieren oder fragen. Und ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bleibt bitte neugierig. Bleibt bitte neugierig. Scheisse, das war noch nicht. No, ich würde bald schon wieder que implioden. Also bin ich und ich sehr viel. Vielen Dank.